Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Kings Und wir sind hier jetzt wieder mit dem Timo noch eine Runde Guten Tag Und ja wir haben uns jetzt umbenannt Also ich heiße Apfelbaum HD Und er heißt Toxie Ne Tox Toxie ja Ich baue jetzt noch ein weiteres Sägewerk Was brauche ich denn mehr? Sägewerk oder? Ich glaube ich brauche ein weiteres Sägewerk Ne wir haben Ich guck mal also ich baue jetzt mal noch einen weiteren Acker Ne geht nicht Anhalt nicht Ah geil Ich kann auf Flieh drücken So und ich habe eine Burg Level 3 So Oh geil Oh geil und ich bin Level 3 Bin ich damit Ja ich kann Schießplatz bauen Ich brauche meinen Schießplatz hier oben Ne ich brauche meinen Schießplatz hier Schießplatz bauen Ich glaube ich würde gewinnen wenn ich gegen die spiele Oh geil ich habe das ja schon mal gespielt Oh scheiß bei mir leckt es gerade Oh es leckt gerade Entschuldigung wegen der schlechten Wegen den Lecks Ich weiß gerade auch nicht wo die herkommen Auf jeden Fall leckt es bei mir gerade übel Ja läuft bei dir würde ich sagen ne Ja ok Jetzt der Schießplatz ist gebaut Lass es jetzt mal kurz stehen Oh es leckt Was geht Was geht Wohnung erhalten Ich mache mal kurz Pause und dann sehe ich uns Wir sehen uns weiter wenn die Lecks etwas besser geworden sind schuss sch recognized schuss